servus leute ich bin julian und willkommen bei smash tv heute mal wieder smash collectibles mit der side show one for scale premium format statue star wars der snow trooper das ganze ist wirklich der hammer leute ich sag's euch das ganze kostet 390 euro ich blende euch ein toypalace.de und spaceygon sehr 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 zu empfehlen diese online shops kaufe ich immer wieder gerne ein das ganze ist aus poly stone mixed media man sieht hier teilweise wirklich richtige materialien wie normaler stoff und ja es ist echt ein krasser teil und ich glaube das macht einfach jeden star wo es sehr glücklich dass was hat und macht lust auf mehr das ganze ist wunderbar modelliert enthält sehr sehr viele details ich werde auch nachher auf die details eingehen ein bisschen die kamera näher bringen hier sieht hier der rucksack beschriftet die taschen sind aus echten taschenstoff genauso wie man jetzt es ist einmal witzig wie side show dieses mixed media zusammen bringen also ich finde es echt wahnsinnig wie detailliert diese statuen sind und klar die haben ihren preis aber es ist schon ziemlich gras freunde sieht richtig awesome aus und kann ich nur weiterempfehlen also jungs falls euch das video gefallen hat gebt mir einen daumen hoch kommentiert was wird euch als nächstes und sehen uns beim nächsten mal bei smash collectibles danke leute auch